Spann dich mal, das haben wir uns ausgeliehen. Also wir müssen uns nicht vor allen Leuten besprechen, das können wir da ja in den Keller. Soll das einstaub oder was? Ich wollte schon die Bullen anrufen hier. Ja, ja. Guck mal an dein Rad. Was? Ja, wir sind noch ein bisschen drauf. Was ist denn hier los? Kannst du den Ausstand proben? Du bist so ein Vollidiot. Weißt du, ob die Kiste da nun steht oder ob ich mal noch... Guck mal, ihr habt recht, ne? Ich wollte schon die Bullen anrufen hier, was? Ist das mal wieder gut oder was? Ja, was? Das heißt, hier ist gut, ne? Sei froh, dass hier deine Karre noch bewegt wird. Hier, hier muss ich mir noch fragen. Ich komme raus und will fahren und gucke. Ach, das sehen wir doch einfach nicht. Was ist los? Was habt ihr denn hier? Du, wir haben doch wegen letztes Mal ein Hühnchen zu rufen mit deinem Freund, was du hier abgezogen hast. Was? Was? Was habe ich denn hier abgezogen? Ich glaube, wir haben vergessen, die Ohrfeigen zu üben letztes Mal. Ich glaube, ich spinne jetzt, ne? Ja, ich glaube, ich spinne auch ein bisschen. Also hier. Ja. Ja, also jetzt ist aber... Was ist denn eigentlich? Sind wir ganz durchgedreht oder was? Hast du ein Problem oder was? Hast du ein Problem oder was? Hast du eins jetzt, ne? Ne? Ich habe keine Angst hier vor euch, ne? Hey, wir müssen euch vor euch Angst haben, ne? Du bist die richtigen Ladies für dein Motorrad. Du kannst überhaupt nicht drauf fahren auf dem Ding. Ich kann nicht drauf fahren. Ich kann sogar besser fahren als ihr, das tut mir klar. Du kommst doch gar nicht mit dem Bein auf dem Boden. Was? Du kommst doch gar nicht mit dem Bein auf dem Boden. Ich komme mit dem Bein auf dem Boden. Nee. Ich bin kommst doch mal auf dem Boden. Aber mit Sicherheit. Hast du schon mal 4 Meter auf dem Motorrad gesehen? Ja. Was haben wir auf dem Boden? Alter, das ist wohl... Also ich glaube, jetzt. Jetzt geht's mir langsam auf den Sack, doch. Ach, ach, ach. Also, sag mal. Wenn ich glaube, ich halte... Also... Also was? Du? Also echt jetzt, also... Sieht so... Ach. Also ich glaube, irgendwie... Was glaubst du, hä? Komm mal raus von der Sprache. Du hast ja gar nichts. Ich glaube, das ist ja gar kein Gehirn. Was soll denn das? Was soll denn das? Was war denn letztes Mal? Was soll ich mit das dann, hä? Was soll ich mit das dann? Letztes Mal. Letztes Mal. Das war das Lechte von dir. Hab doch mal wieder... Habt ihr doch mal wieder völlig falsch verstanden? Was ihr mit uns vorhattet, hä? Habt ihr doch mal wieder total falsch verstanden? Ja, ja, ja. Fasting aufrufen und dann... Ja, ja. Wie immer falsch... Falsch verstanden. Falsch verstanden? Falsch verstanden? Ja, ja. Ja, ja. Von mir, du Schildo. Hä? 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 Da ging die Kamera... Ja. 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 Ja.